Hallo, willkommen zurück bei The Long Dark. So, wir waren hier stehen geblieben. Bei diesem komischen Unfall da. Ne, ist falsche Richtung. Wir müssen da lang. Genau. So. Wir müssen mal weiterlaufen. Immer noch zu dieser, äh, zu diesem Speer. Was uns helfen soll, dem Bären zu entkommen. Da sind wir immer noch auf dem Weg dahin. Also dort gibt es jetzt nichts mehr bei dem Zug. Deswegen laufen wir jetzt einfach mal hier weiter. Da hinten muss irgendwie ein Kadaver liegen, weil da die Vögel den Himmel umkreisen. Unterkühlungsrisiko, was? Was? Unterkühlungsrisiko. Oh. Oh, oh. Wir sollten vielleicht mal irgendwo hingehen, wo es war. Wo es warm ist? Ich wollte gerade sagen. Oh, oh. Wir werden den jetzt mal nicht stören. Wir werden mal außen rumlaufen. Oh, das Eis knackst. Wir werden ihn nicht stören. Wir werden ihn überhaupt nicht stören. Oh Gott. Äh. Es bricht. Gleich. Oh. Gott. Ob der das gehört? Das ist scheiße. Oh. Ich dachte jetzt, wir brechen ein. Okay, der ist noch weiterhin beschäftigt. Oh mein Gott. Wo sind wir jetzt? Okay. Wir sind bald da. Ja, okay. Der ist da hinten beschäftigt. Könnt schon mal weiterlaufen. Ich hab' ihn jetzt mal nicht gestört. Wir gehen jetzt mal wieder auf die Schienen. Ich glaube, hier sind wir am sichersten. Genau. Da. Uuuh. Oh, Alter. Habt ihr es gehört? Ohohoho. Ey, man muss echt vorsichtig sein hier. Wir bleiben jetzt lieber hier, was sonst, äh, gar haben wir wirklich einen. Na? Ich trau' mich nicht so rumzulaufen hier. Ich lass' hier wirklich mal einen krachen. Na komm, wo ist das? Oh Gott, immer noch so'n weiten Weg. Mann, ich will nicht. Ich will nicht. Ich will nicht. Warum ist es uns eigentlich so kalt? Was soll das? Wir müssen mal in so'n Haus reingehen. Damit die Unterkühlung mal aufhört. Warte mal, kurz mal meine Brille richten hoch. Was ich ja cool finde, ist, dass wir hier eigene Spuren machen. Vom Schnee. Das finde ich hier am coolsten. Also ich werde hier auf keinen Fall aufs Eis gehen, ne? Wer weiß, was da passiert. Was ist jetzt? Was ist das da? Ist das irgendwas Rosanes? Sind das Baumstämme? Ja, ne? Da hinten kommt auch was, oder? Ne. Ich seh', ich seh', ich seh', ich seh' irgendwelche Gespenster. Okay, hier ist, ach so, hier ist was im Gleis, ne? Im Zug. Mal hochlaufen hier. Vielleicht finden wir irgendwas. Nützliches. Scheint aber nicht so. Ist alles kaputt. Alles kaputt. Ich habe Angst, dass auf der anderen Seite irgendwas liegt. Irgendwas wertvolles. Was wir nicht sehen. Oh, da liegt jemand. Oh, oh. Leer. Blutgedrängte Notiz. Angesichts der Menge an gefrorenem Blut wird diese Seite, äh, auf dieser Seite ging es dem Verfasser wohl nicht besonderlich gut. Erst das, erst das Kraftausdruck ranzige Fleisch, dann der verstauchte Knöckel, dann dieser Kraftausdruck Sträfling aus dem Nichts. Bin ihm entkommen, indem ich in eine verdammte Schlucht gefallen bin. Und dann kam natürlich diese Kraftausdruckwölfe. Habe meinen Kram weggeworfen, bin weggerannt, so gut es mit dem verstauchten Knöckel eben ging. Wenn du das liest, weiter bin ich nicht gekommen. Hätte einfach im Milton bleiben sollen. Okay. Finde das Vorratsversteck. Okay, die Feder kann man ja mitnehmen. Ist hier noch irgendwas? Ne, okay. Was ist das? Mann. Blöden Fliegen. Kommt wahrscheinlich von der Spezi. Okay, hier scheint jetzt nichts mehr zu sein. Wo bin ich denn jetzt? Ah, jetzt bin ich gleich da, okay. Also hier ist nichts mehr. Genau, auf die andere Seite. Ja, schade um den Zug, ne? Da fährt dann nichts mehr. Was war's dann mit dem Zugverkehr? Oh, da ist nichts mehr, okay. Laufen wir weiter. Oh, da hinten ist was. Was ist denn da? Was ist denn da? Oh, das heißt wieder verlassen, ne? Kann auch sein. Speicherfolgern. Sehr gut. Hm. Okay. Marschland verlassen. Oh Gott. Da ist es doch, da oben. Okay, Vorratsversteck in Intersee. Wartungsplatz. Oh Gott. Ah. Ah. Vielleicht mal hingehen, ne? Schauen wir mal. Können wir mal zum Vorratsversteck gehen, oder? Uns mal aufwärmen oder so. Nehmen wir mal was essen. Äh, Dose Kaffee. Was ist das? Ah, Salzkräger, okay. Sogar frische. Okay. Sogar frische. Was ist denn das Versteck? Was ist denn das Versteck? Ich müsste hier rein, irgendwie da rein. Hauptsache, der Wolf kommt nicht. Das andere kann mir gestorben bleiben. Und der Bär auf jeden Fall nicht, ne? Weil wir haben das Teil noch nicht da. Wir haben den Sperr noch nicht. nicht. Was ist da? Nichts. Was hängt denn da oben? Hm. Was weiß ich. Wir laufen hier mal weiter. Ich schätze mal, wir müssen hier rein, oder? Ja. Wie der immer den Reißverschluss hochzieht, ne? Hört man richtig. Das hört sich grad irgendwie an wie ein Wasserfall. Kann das sein? Ist das ein Wasserfall? Das hört sich grad so an. Oh oh. Ja, tatsächlich. Tatsächlichen Wasserfall. Ah, scheiße. Boah, brüch nicht so rum. Da ist der Wasserfall. Okay. Wo muss ich jetzt hin? Ich glaub ich muss erstmal da rüber kommen. Oh oh, da ist der Wolf. Der Wolfmann. Hm. Wo muss ich denn hin? Du bleib mal schön da unten. Kann ich ja nicht gebrauchen. Oh oh. Scheiße hab ich gesehen. Fuck. Hau ab. Na toll, jetzt geht's doch noch da hin, wo ich hin muss, ey. Das ist ja mal wieder praktisch. Genau da muss ich hin, ey. Du Vollhonk. Guck. Ähm. Mami. Halt die Schnauze. Du Kackvieh. Ja. Wie denn? Wie soll ich das tun? Wo ist denn jetzt das Versteck? Hallo? Ich finde das Versteck nicht. Das ist doch blöd. Ich werde bald schlauern. Na toll. Prost. Was? Wirkungslos? Sich verarschen. Och ne. Bitte nicht. Ah, das ist doch blöd. Das ist doch scheiße. Finde das Vorratsbestecke Ende der Schlucht an der beschädigten Bahnstrecke. Was für eine Bahnstrecke? Ich bin zu kalt, denke ich. Welche Bahnstrecke denn? Nicht dein Ernst jetzt, ne? Ich bitte dich. Oh nein. Ja. Wir wenden. Was geholfen? Wolfsbiss. Ja, toll. Geheilt. Okay. War wirkungslos. Wirkungslos durch den Schnee. Oh Leute. Wo muss ich denn hin jetzt? Das überlebe ich nicht. Vergiss es. Vergiss es. Letzter Checkpoint. Wir lassen das jetzt mal lieber, oder? Ich kann eigentlich von da hoch. So rum. Okay, wir laufen jetzt erstmal hier lang. Erstmal was essen. Salzquacker. Und essen. Trinken. Jetzt aber. Wir laufen jetzt bis hier vorne hin. Und dann da rein. Aber es machen wir nicht mal in dieser Folge, sondern in der nächsten Folge bei The Long Dark. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss. youtubers. Tschüss. Vielen Dank.